Leute, was geht ab? Wie kommt es in einem neuen Video auf diesem Kanal? Wir zocken heute mal Dudes mit meinem Bruder. Mach mal das Event rein. Leute, den Tata hab ich mir auch schon gesehen. Das ist so geil, Alter. Nach der Runde zeig ich mal den Items-Shop. Hat der Maul, ja. Beteilter Busfahrtpreis Termino. 6 Minuspunkte. Der Busfahrtpreis. Bei mir steht aber 6 Minus, bitte. Zeig euch mal, wenn ihr editiert, guckt. Scheiße. Fuck, wo ist dieses? So. Warte. Ja, ich hab's gesehen. Scheiße, Alter. Lass mal den hier sitzen. Ich muss mal gucken. Mach auch gucken, Männer. Ist dumm nicht mal, ja? Nein, ich sehe euch nicht. Warte, hier ist ich dumm nicht wieder. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie alle Fortnite zocken in Season 8, ob die schon Epischen haben. Ich sehe, ich sehe schon mal zwei Gegner. Komm oder lass hier vorne landen. Was ist da oder so? Da weiß ich nicht, kommen schon mal zwei Gegner mit nach Mar... Marokko ein Solo, wie dumm. Die bleiben in Marokko. Marokko? Die Kawaka. Die blieb ich auf Schöptern. Na, was ist das, oder? Die blieb ich auf Schöptern. Wie ist das? Jump it. Kann man von mir aus machen. Darf ich dich kitzeln, wenn da eine ist? Ja. Ja. Gib mir mal raus. Trotzdem, ich habe es mir nicht gefunden. Ja, gib mir mal raus. Trotzdem, ich habe es mir nicht gefunden. Verkauf mich nicht? Da ist die Koste. Und hier ist der Koste. Ich habe die Koste. Ich habe sie versteckt. Ich habe sie nicht. Ich habe sie aviation. Die Gäste da selber, die Koste, die Koste, die Koste. Wollen wir nicht mal Roco pushen gehen? Roco, Roco? Ja. Ja, mal 30 Euro. Wenn nicht. Also, Kamino, du hättest hier gerne wegmischen können, den zwei blauen Spanzen zu machen. Wie sieht die Beute? Ich aber nicht. Ich sehe die nicht. Ach, den! Der baut er ab. Ich glaube, es ist ein anderer. Dein teammate ist noch hier. Warte, der baut da unten ab. Ja. Der baut jetzt den Baum da ab. Ja, ich hatte noch drei jetzt hier. Der ist so los. Halt das Maul, Alter. Halt das Maul, Alter. Ich sehe den einen auf dem Dach. Süß! Ich habe jetzt in meinem Jump Pad platziert. Ich komme nach dir. Nice. 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 Die Gegner. Ja, Kamino. Glaubst du mir, dass ich den einen übel Slow geschossen habe? Nochmal. Ich habe dir nochmal drei 31er Hits gegeben. Der war so hart abgestillt. Der war so hart abgestillt. Aber ist egal. Ich bin den Halbjäder hinterher. Nein. Am Ende. Ich habe auch Schürzen Bandasen. Süß. So eine Beile. Äh, nice. Ich habe den Wurz dran gehabt. Und der geht nach dem Falle. Also weg müssen. Oder nicht. Das ist nett. Kamala. Achso, wie gönne ich mir eigentlich Minis. Den habe ich so low geschossen. Digga, wie konnte ich den eigentlich nicht treffen? Der war übelst drauf der Hit. Wir müssen jetzt. 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 Auf den ähm. So äh. Schriftige äh. Fätebär. Na sind. Kugler. Kann man reden? Man sieht schon, ich wollte es nicht besser. Man kann nicht, der vr Fernseisel microorganeseinigen MT4มา über. Man kann unten schnell es ja immer wieder auf die webpage. Ist das nicht gut? Ich hoffe, ich schreibe. Das ist ja einfach nicht! Achso. F 머�ếch das nicht? Man muss mal aufhören. Achso. Ich habe N sabemos uns. Ich hab den einen in den Headshot gegeben. Wollte ich mir ein bisschen necken. Aber du, ich bin ja halt direkt zu dir. Oh ja, unten ist Lagerfeuer. Und die Zone. Ja komm, schmeiß auf Lagerfeuer. Ich hab ihn jetzt so hoch gemacht. Ist mir ja auch egal. Tschüss, ich will jetzt nicht auf dem Baum landen. Ich hab jetzt zwei Damage begonnen. Ah ne, ja, lass uns nicht. Nö, nicht einer. Ja, Ehre, Mann, so ein Huch. Ist die Jagdwehr drin? Ich lass den einen Manny liegen, ja? Ich kann einen Manny mitnehmen. Gut, ich hab die. Komm. Wolltest du die nehmen? Ja. Hast du gesagt? Ja. Aber ist egal. Was? Ja. Sorry. 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 Weißt du, ist so ein Stream, den ich schon mit einem genockt hab? Oder auch gesehen? Let's go. 430. Was? Kannst du eigentlich Minis mitnehmen? Kann ich das Jagdgewehr haben? Kann ich das Jagdgewehr haben? Hey, die Jagd, das Jagdgewehr. Also es war kein Jagdgewehr. Ja. 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 Boah, diese Scheiß-Tole. Ich hab das wegen Jagdgewehr. Wie ist die da nicht? Ja. Da fährt mich noch mal ein bisschen mitnehmen aus. Du? Ja. Das sind zwei Gegner. Ich hab mal versucht, aber jetzt nicht einmischen. Ich hab noch versucht. Was? Ich hab' mich mitnehmen. Ich hab' noch ein bisschen mitnehmen. Ich hab' mich mitnehmen. Da vorne. Mann! Ja, du komm' doch... R2-Tole. Und meine, meine Macht. Wo bin ich? Ich sehe die Knappen. Der ist hier gelandet. Hier bei mir. Da, siehst du? Ja. Nee, jetzt pushen. Fangen die ... Da landen die Navo. Gibt's? Nein. Der von hier angekommen ist. Da sind halt zwei jetzt. Die kommen gepusht. Die sind jetzt aufgehauen mit diesem Scheiß. Ja. Ja, da liegt ein Mädchen. Gibt's mir kurz. Ja, ich hab ja nicht erlebt. Ja, komm, gönn dir. Nein, egal jetzt. Für 10 AP ist doch egal. 10 AP reicht eigentlich um ... Also 90 Leben reicht eigentlich. Verstehe ich nicht. Fuck, 10 AP. Oh, das hat das Okay! Na, die schon mal kriege. Ja, das ist echt super cool. Und noch nicht mehr. Oh, das ist doch einfach fertig. Und da haben wir schon mal. Es ist in der Vermoerungstrange. Ja, die sind ja. Wo? Pushen. Die kommen von hinten. Okay. Pushen. Oh mein Gott. Die haben mich so losgekossen. Ja tschüss. Ich kann noch mal kurz Bandasen. Ja tschüss. Hastun. Oh my God. Die kommen. Die kommen. Die kommen. Die kommen. Ja. Ab rein. Ja. 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 Was will man halt machen. Alter. Warte. Ich bleib jetzt noch drin. Ah das schaffen die. Hey Jungen. Hey Jungen. Das sind so. Hey Jungen. Hey Jungen. Hey Jungen. Ich bin mal gefinisht. Ich bin mal gefinisht. Ich bin mal gefinisht. Ich bin mal gefinisht. Ey. Ja. Der kommt halt nur das Gang. Gib mir 2 Headshots. Auf die Zelle wäre... Ja... Ich schwöre auf meine Mutter. Eilen, den du genockt hast, den habe ich überflogen, ich habe nur Headshots. Ich hatte drei. Natürlich kommt der Gegner mit vier. Wenn der jetzt der Schwanz da landet, den bringe ich um, Alter. Ich habe drei. Ich habe drei. Nein. Ich hab noch einen Schott kann. Sieh ja. Komm mal mal, ich kann es pushen. Oh Gott! We're lucky learning. Ach so, ich kann mir mal kurz dicken. Ich hasse dich. Na, Spaß! Ja, dann können wir die Flüsse abhauen. Also, den wirst du go in deiner, so einen Taschenriss, oder? Nein. Da können wir doch, da pushen bei den, die bei der Gegner sind, da können wir doch schnell mit dem Flüsse abhauen. Ja, das muss ich ja zu Fuß sein. Da kann man ja nicht levy aufstellen, wenn er die XP kriegt. Kann man auch hier Aufgaben machen? Ja, kann man. Selbwenn, ja. Selbwenn. Ich wusste nicht. Das kann gehen. Von der, ja. Mega. Treff mich halt, du Hurensohn. Schaffen wir eh nicht. Das war dann so ein Zecker. Warte, wieder zum Piratenlager. Da ist immer ein Lagerfeuer. Das ist eine Blossiast oder Granatenwerfer. Nein, Granatenwerfer. Oh, Slop. Lagerfeuer. Warte, ich muss ihm jetzt das Lagerfeuer gönnen. Das Lagerfeuer gönne ich mir erst, das ist besser. Warte, drei Stück. Warte, drei Stück. Für ein Lagerfeuer? Ja. Okay. Nice. Das ist sofort Lagerfeuer aus dem Lager. Ich weiß nicht, ob sie den Ming ist. Da gibt es den Ming ist ja. Komm doch her zu Lagerfeuer. Da gibt es noch Bandasen. 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 Komm, komm, du fängst mir jetzt. Dramatische Tatsche. Dramatische Tatsche. Das ist ja schon. Dramatische Tatsche. Dramatische Tatsche. Ja Leute, sorry, das tut mir leppich jetzt nicht so viel weh. Hey Kukla, du bist so ein Hurensohn. Es geht nur mit Luftballons da hinten. Da hinten. Bei dem Haus da, mein Kukla rollt jetzt bis zum Arsch der Welt. Da, wir müssen nach da hinten, bei dem Haus da. Da, siehst du den da einlaufen? Wenn mein Kukla rollt. Wollen wir jetzt pushen gehen? Folgt mir noch, der sind zwei. Ja genau, die an der Hässe ab, oder? Da bauen sie, die bauen der Stein auf. Ne, ich hab einen genockt. Oh mein Gott, ich hab noch einen genockt. Guck Leute, ich bin halt der Beste. Hier ist noch einer. Guck, der wird hier irgendwie die Schrotze. Sie sehen, der ist hier unten. Guck mal. 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 Die kommen auch gleich gewascht, ey. Den du ja genockt hast, als erstes 10 hab ich so los. Ich hab den 150 Sicker gegeben, den du genockt hast. Und? Es geht schon abzielen. Ich sammle vier Punkte. Aber bei einer Runde standen sieben Punkte. Doch? Jetzt im Ernst? Kannst du halt ins Team gucken? Ein bisschen zurück, da so. Lass nach, bitte. Guck mal, ich hab' die Lüte. 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 Ja, der wurde dann wiedergelebt. Deswegen hab' ich auch Gras, Gas und den Rund genommen. Guck mal, ich hab' die Lüte. Guck mal, ich hab' die Lüte. Die sind Nachbar aus, da ist ne Hunde. Guck mal, ich hab' die Lüte. Guck mal, ich hab' die Lüte. Guck mal, ich hab' die Lüte. Grüner R und den Shatgun. Guck mal, ich hab' die Lüte. Sunpad. Hab' noch'n Sunpad. Guck mal, ich hab' die Sunpad. ein bisschen meine haben Welche, blau, grün? Ja, ich hätte gerne einen Burger mit der Sonne und den Brötchen. Scherzlob. Ich hasse das. Ich mache schon drei Jump-Pets. Das geht nicht. 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 Das muss doch gar nicht gepusht kommen, Alter. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Vielen Dank. Ich habe einen Genob-Djungel. Worin? Bitte? Ja. 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 Was ist das? Was ist das? Nein, nicht? Hast du zwei Heels? Ja. Kann ich jetzt gleich mal wiederholen lassen? Ja. Richtig, Edel. Du, ja, den ersten, den wollte ich einschmissen. Necken. Kannst du mich mal in das Gebäude da schießen? In das hier? Du mich in das Gebäude? Du, schießt du mich ab? Was? Ich... Ich kann einfach so... Oh, 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 oh. Ich kann nicht mehr durchgehen. Oh, 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 oh. Ich kann nicht mehr durchgehen. Ich bin gerade durch. Komm mal her. Ich hab' gerade durch. Ja, ich auch. Oh, oh, oh. Leute, das hat gerade ernsthaft nicht gezählt. Okay. Nicht schießen, ich schieße. Warte, ich muss erst mal steuern, so. Scheiße, das war ein Fehler. Tschüs. Du musst geburt, Junge. Ich bin einfach. Warte. Warte, das zieht euch nicht. Komm mal, komm mal nach dir. Warte, komm mal nach dir. Komm mal, Junge, ich fliege bis nach unten. Komm mal, Junge. Warte, komm mal, Junge! Warte, komm mal, Junge! Warte, komm mal, Junge! Ich schieße mal Boogies mit! Ääh... Ö? Ich hab dir auch geholfen. Wie viel Zeit haben wir noch? Ach, noch 38 Minuten. 38 Minuten? Ja. Also es ist 250. Ja. Die Schiff kommen und haben die Boxschnecke raus. Da liegt doch welche. Ja, mach doch. Oh, Schweine. Kommen wir hin, hier ist ein Lagerfeuer. Ja. Wollen wir dann nach einer freien Dormap spielen? Das fehlt. Das fehlt. Das ist so viel. Ich hab Boogies, ne? Ist doch neu gemacht mit den Boogies, oder? Ich bin schon lange drin. Nein, nein, ich meinte jetzt diese Kugel da oben. Ich hab selbst nicht. Warte mal, los, mach ich mich noch? Jetzt. Jetzt kommt so ein Gegner und wow, das sieht vollkommen aus. Wir lösen das Böse, das ist der beste Team bis jetzt gewesen. Und wir machen mal in den Sommerferien mal lang, was mit dem Kamer hat. Und wir machen mal in den Sommerferien und Pfeifen. Da stehen wir so lange drin. Es ist so hoch, wir müssen was. Ja. Was ist denn? Wir müssen jetzt Gegner bekommen, Alter. Also, heb doch die auf, Gegner. Ich geh jetzt in die Zone. Ist die Gegner? Ist die zwei Gegner? Die sind da beim Baum, einer. Ich seh ihn. Hat zwei Hits. Ich geh pushen. Und einer snackt auf mich. Ey, so ne Puss hier, Alter. Haut ab. Mach ich auch. Wo geil hier. Nicht alleine drauf, ich konnte Programmer sein, aber der ist nicht. Ich bin echt verfällig. Dass mich sehr hält. Ich bin laut. oh ja das sind Hurensöhne alter ich lach mal Beine ein da ja 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 Mann geht auf Kai leck auf der Mord einfach Mann wo drauf jetzt die da die erste die zweite nein doch Ich tritt gerade Dings bei, ne? Drei... Ah, ah, ah! Mein Arsch... Mein Arsch nicht geschnackt! Ja, ich hab keine Zeit. Scheiße. Ja, wer ist hier? Ja? Hm, ich guck so unten unten. So, man sieht auf der Karte, wo die alle hinfliegen. Ja? Ja? Ja, ich guck mal nach oben. 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 Dann ruf... Ja, ich guck mal nach oben. Dann ruf... Dann ruf... Der Schrank existiert nicht mehr. Ich hab mal Breiden ein. Nein, vielleicht ist Breiden ein. Nein, vielleicht redet er bei. Töre, Töre, Töre. Töre, Töre, Töre. Du hilfst der Siegbänden Schatten. Nein, guck, guck doch. Guck. 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 Kapital, bra. Kapital, Kapital, Kapital. Wir gehen jetzt. Tödet man von unten kamen, ja? Kapital, Kapital. Kapital, Kapital. Das ist mal... Kapital, 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 was... Ich geh von unten. Oh. Ich hab Zeit. Ich komm nach oben. Komm nach oben. Geh doch raus. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja, ja. Geh doch. Ja, 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 nein. Gold? Calming uns Two Bone? Was ist das? 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 Das war's mit dem Video, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?